Ich habe mir zehn meiner Freunde zusammengesucht, um mit ihnen Goose Goose Duck zu spielen. Das Spiel ist leicht zu erklären, es ist eigentlich so wie Werewolf oder wie Among Us. Es gibt eben die Gänse, die Guten und die Bösen, die Enten. Die Gänse versuchen ihre Aufgaben zu erledigen, bevor die Enten sie alle umbringen können. Das war's eigentlich, viel Spaß mit dem Video. Ah, hey! Hallo, ich suche hier gerade nur ein paar Dienste, ja? Ähm, ja, ich weiß nicht, was deine Freundin dazu sagen würde. Ach, heils moin! Das sag ich dir. Hey, der Julian hat einem Spiel, einer prostituierten Ente, Geld gegeben. Weg hier! Spass hier! Okay. It's on a police station. Me and Red... Sprich Deutsch, du Hurensohn. Ich fiche deine Mutter. I will destroy India. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich fände diese Pakistan, Digga. I'm going to be pilot. You guys are going to be a great pilot. Great! My plan is that I will help you, Malik. And I will help you. Malik. Yeah, he's a pilot. Great! David, wow, he's going to be a pilot. Great! Hey, was geht, Jungs? Man, man, man. Du knisterst ein bisschen. Hm? Was? Ne, ich meinte Hans. Du knisterst ein wenig. Ja, ich hoffe, man zwischen uns knistert's. Okay. 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 Du musst aber dann nur home. Drück mal Y. Mit R. Len mit R. Achso. Oh, what? Jungen! Jo! Alter! Jungen! Jungs, wisst ihr, was ihr gerade macht? Ich bearbeite die Anträge auf Asyl und die werden alle abgelehnt. Oh, ich möchte mitmachen. Ich... Heini! I don't know the same thing. Ist voll, äh, süß. Also, ich war gerade Haukes Mutter besuchen, alias die Prostituierte. Und ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Jo! Ich hab niemanden auf dem Weg gesehen. Ich war in der Druckerei. Druck mal am Sacklecken. Du hast für mich gestimmt. Ja, mach dir deine Mutti. Oh, oh! Du hast ganz dafür folgt, Alter. Ganz, ganz toll. Ich bin die ganze Zeit bei euch da hergelaufen und hab gesungen drei Schneezen mit dem Kontrabass. Äh, ich hab... Wir wollen mich töten! Wir wollen mich ganz klar töten! Das wird Antat! Also nicht! Warum kriegen wir das noch hin? Digga, du hast geskippt, als Ära! Hey, ja, ich liebe Schweizer! Nein! Ja, ich liebe Schweizer! Seit wann ist Alvin von den Chipmunks schwul? Felix ist grad neben mir gestorben! Der war grad... Ich hab'n grad noch neben mir noch... Das klingt sehr auffällig! Ja! Auf einmal neben dir! Er stirbt aus dem Nichts! Ja, ist klar! Ja! Auf jeden Fall! Mein Gott! Einfach neben dir tut umgefallen! Könnt ihr mich jetzt so? Ja, ja, ja! Ist gut! Dann hört dich! Gut! In Discord bin ich gemutet! Warum?! Bloß weg die Weile! Mörder! Das war Hans! Geht raus mit uns! Ach Tobi, bitte mach den Stimmverzerrer aus! Tobi, mach den Scheiß-Stimmverzerrer aus! Äh, wie ist denn Stimmverzerrer? Du hast Stimmverzerrer drin! Nein, von mir nicht! Keine Ahnung! Was? Ich hab's schon mal auf die Taste gekommen! Mach's bitte aus! Ist das durch ein Verstärker jetzt? Ahhhh! Du hast die Stimmverzerrer drin! Auf jeden Fall! Lass bitte! Jetzt! Entweder jetzt! Das ist ne Rolle! Das ist ne Rolle, die das kann! Nur mal so! Das ist kein Stimmverzerrer! Das heißt, ihr habt mich nicht ordentlich verstehen können! Sozusagen! Jo, du hast halt einfach so ne Baby-Stimme! Du hast dich wie Alpha-Stein! Du hast dich angehört wie Alpha-Stein! Und ich hab versucht, mein Mikro zu fixen! Keine Ahnung! Guck, der hat schon wieder die Rolle! Guck, der hat schon wieder die Rolle! Ich 생각 schon mal schneller! Ich habe dir das generate CS буд этот Regenius MalINT. Ich danke einer anderen highs. Bis zum nächsten Mal! Jake Ahnung!